Das ist der Max und Computer Freund von Testa. Also, Kifco, du hast Reis vertreten, so ich eure Ziele vertreten. Und darum dies, genau, wenn du Fortnite ein Futur machen willst, dann hast du einen Vertrag. Aber dass du irgendwie mal weißt, warum, dass du irgendwie mal aufwachen willst und dich einfach zu jubeln ärgern, das geht nicht. Und ich würde es einfach so, mach mal ein Speech raus für dich und dann wollen wir uns ein bisschen weitergehen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.